Heute ist der 16.03.2022. Ich wollte mal eben Sculpey aufnehmen. Normalerweise mache ich gerne Gruppenvideos, dann habe ich alle zusammen. Aber es ist auch mal schön, mal wieder einzeln hochzuladen. Ja, Sculpey hat leider durch den Zaun immer wieder Kontakt mit Mango. Und die können sich gar nicht leiden. Und deswegen hat Sculpey oben auch diesen schwarzen Kamm. Der ist da sehr blutunterlaufen. Gut, aber da kann ich nichts dran ändern. Ich habe hier schon Sichtschutz. Und wirklich auf diese kleine Ecke, da kommt er auch schon wieder an, auf diese kleine Ecke, da behacken die sich. Da werde ich dann nochmal ein Brett vorsetzen. Na gut. Aber sonst ist Sculpey echt ein toller und auch sehr entspannt und super toll sozial zu seinen Damen. Ich glaube, der konnte sein Glück noch gar nicht fassen, dass er so viele Damen hat. Und eigentlich braucht er nur zwei. Na Sculpey? Ja, du bist ein ganz gemächlicher. Na gut. So, ich muss jetzt Bitumenklee sammeln für morgen. Guck mal in die Kamera. Ja. Okay. Tschüss. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020